Laufen Sie in einer aufrechten und entspannten Haltung. Ihre Schultern sind locker und der Blick ist nach vorne gerichtet. Ihre Arme sollten nur vorwärts und rückwärts schwingen. Ihre Ober- und Unterarme bilden auch während der Bewegung einen rechten Winkel. Halten Sie Ihre Hände entspannt. Ihre Daumen ruhen auf den Zeigefingern. Ihr Rumpf ist leicht nach vorne gebeugt, aber aufrecht. Der Körperschwerpunkt liegt vor den Hüften und schwenkt leicht auf und ab. Die Schrittlänge ist nicht zu lang. Den Fuß setzen Sie etwas vor der Körperachse auf dem Boden auf.